Unterweisung Rupas in Prajak In diesem Kapitel werden die Schicksale der beiden Minister Rupa und Sanatana nach ihrer Begegnung mit Chaitanya geschildert. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 19.2-145, 19.3-163 Nachdem Rupa und Sanatana Mahabrabhu in Ramakili getroffen hatten, gingen sie nach Hause. Die beiden Brüder überlegten, wie sie die Sinnesdinge aufgeben könnten und gaben zwei Brahmanen viel Geld, um für sie beide das große Sühneopfer Purashjarana mit dem Krishna Mantra zu tun, damit sie schnell zu Chaitanyas Füßen kommen könnten. Dann fuhr Rupa mit einem Boot nach Hause, wo seine Eltern wohnten, und nahm viel Geld mit. Er gab die Hälfte seines Reichtums Brahmanen und Vaischnavas. Ein Viertel verwendete er für seine Familie. Ein Viertel behielt er für sich selbst. Das Viertel, das er für sich beiseite gelegt hatte, übergab er einem guten Brahmanen. In Gauda bewahrte er für die Ausgaben Sanatanas 10.000 Rupien auf, die in einem vertrauenswürdigen Hause aufgehoben wurden. Nach Nilachala schickte er zwei Leute und ließ sagen, wenn Bravo nach Vrindavan geht, sollt er mir das sofort mitteilen, denn ich werde mich dementsprechend verhalten. Sanatana seinerseits überlegte, dass der König mich so schätzt, bedeutet meine Bindung. Wenn er auf mich wütend wird, werde ich loskommen können. Unter dem Vorwand, krank zu sein, blieb er zu Hause, kümmerte sich nicht um die Geschäfte und ging nicht in den Palast. Er war zu Hause und studierte die Shastras. Mit 20 bis 30 Pandits saß er zusammen und sie erörterten das Bhagavatam. Da kam plötzlich der Herrscher von Gauda mit einem Begleiter in Sanatanas Versammlung. Als sie Hussein Schah sahen, standen sie alle in Verwirrung auf und ließen den König sich setzen. Der König sagt, Ich habe einen Arzt zu dir geschickt und der hat mir gesagt, dass du gar nicht krank, sondern gesund bist. Alle meine Arbeit habe ich durch dich machen lassen. Und du hast deine Pflichten aufgegeben und sitzt es zu Hause. Es ist so viel zu tun. Und du hast willentlicherweise alles ruiniert. Sage, was du eigentlich beabsichtigst. Sanatana Durch mich kann nichts mehr getan werden. Mache deine Anordnungen durch einen anderen. Da sagt der König mehrmals voll Wut. Dein älterer Bruder hat sich wie ein Räuber benommen. Sanatana Du bist der von niemand abhängige König von Gauda. Es ist deine Pflicht, den zu bestrafen, der sich vergeht. Da ging der König fort und ließ Sanatana binden, damit er nicht weglaufe. Als der König dann zum Kampf gegen Orissa auszog, bat er Sanatana mitzukommen. Sanatana sagt, Du willst den Devatas Lai zufügen. In Klammer, das heißt, die Tempel der Hindus zertrümmern. Da ließ der König ihn abermals binden, in Klammer, Handschellen anlegen und ging fort. Inzwischen war Prabhu von Puri nach Vrindavan aufgebrochen. Rupa schrieb an Sanatana, dass Chaitanya nach Vrindavan gegangen sei und dass beide Brüder, Rupa und Anupama, fortgehen würden, um Chaitanya zu treffen. Du musst irgendwie versuchen, loszukommen. Sieh, dass du frei wirst, mit Hilfe der 10.000 Rupien, die bei der vertrauenswürdigen Person sind. Mache dich schnell irgendwie los und komme nach Vrindavan. Nachdem sie diesen Brief geschrieben hatten, brachen die beiden Brüder auf. Chaitanya war indessen auf dem Rückweg nach Brajag, in Klammer, aller Bad, gekommen. Prabhu saß dort allein im Hause, als Rupa und Valabha, in Klammer, Anupama, kamen. Mit Büscheln Gras im Mund kamen sie und fielen ihm zu Füßen. Sie sprachen verschiedene Strophen, standen auf und warfen sich abermals nieder. Sie waren in Prema versunken, als sie Prabhu erblickten. Prabhu war zufrieden, als er Rupa sah und sagte, Rupa, steh auf, komm, Krishnas Barmherzigkeit lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Er hat euch beide aus dem Brunnen der Sinnesobjekte herausgezogen. Dann umarmte er sie beide und berührte aus Gnade mit seinen Füßen ihre Köpfe. Als sie Prabhus Gnade erhalten hatten, falteten sie ihre Hände und voll den ja, in Klammer, sich selbst abwertend, sagten sie bescheiden das folgende Preislied. Verehrung dem Höchstfreigebigen, ihm der Prema zu Krishna verschenkt, dem Krishna, der Krishna Chaitanya genannt wird, und leuchtet wie geschmolzenes Gold. Dann ließ Prabhu Rupa neben sich niedersetzen und fragte, Berichte mir von Sanatana, Rupa sagte, er ist im Palast des Königs gebunden und wenn du ihn befreist, wird er Befreiung finden. Prabhu sagt, Sanatana ist schon frei und er wird bald kommen, um mich zu treffen. Mahabrabhu machte die beiden Brüder mit Vallabhavata, einen seiner neun Jünger, bekannt. Beide fallen schon in der Ferne zu Boden. Grüßen Bata ehrfürchtig und dünken sich überaus erbärmlich zu sein. Bata will auf sie zugehen. Beide fliehen und rufen, wir sind unberührbare Sünder, berühre uns nicht. Bata ist erstaunt. Prabhu voll Freude. Und Prabhu erzählt Bata von den beiden. Berühre die beiden nicht, sie sind von niedriger Geburt und du bist ein vedischer Opfer-Brahmane aus edelster Familie. Bata hört ununterbrochen den Namen Krishnas auf ihren Lippen. Er weiß, was Prabhu verhohlen angedeutet hat und sagt, Auf ihren Lippen tanzt ununterbrochen der Name Krishnas. Sie sind nicht niedrig, sondern die Allerhöchsten. Mahabrabhu pries den Bata sehr und in Bremer versunken rezitierte er den folgenden Vers. Ein Hundeesser, der durch das leuchtende Feuer der ausschließlichen Bhakti alle Sünden verbrannt hat, die zu seiner niedrigen Geburt führten, ist lauter und von den Weisen zu preisen. Nicht aber ein Kenner der Veden, der keine Bhakti hat. Wenn jemand keine Bhakti zu Bhagavan hat, ist seine edle Geburt, seine Kenntnis der Shastras, seine Askese, wie der Schmuck eines leblosen Körpers und sagt nur denjenigen Menschen zu, die der Welt verhaftet sind. In Klammer Hari Bhakti Shudodaya 3.11-12 Bhatta war erstaunt. Als er Brabus Versunkenheit in Bremer, seine Machtausstrahlung, die Substanz seiner Bhakti und die harmonische Schönheit seiner Glieder sah. Bhatta Acharya brachte ihn und die Seinen auf ein Boot, um sie zum Essen in sein Haus zu bringen. Als Mahabrabhu die Krishnafarbenen, in Klammer Shyamala, glitzernden Wellen der Yamuna sah, versank er hilflos in Bremer. Den Humkara laut rufend, sprang er in das Wasser der Yamuna und alle zitterten verfurcht. Eilig zogen sie Brabu heraus und nun fing er an, in dem Boot zu tanzen. Unter der Last Mahababhus schaukelte das Boot sehr. Die Wellen fluteten über das Boot hinweg und füllten es mit Wasser. Obwohl Brabu sich in Gegenwart Bhattas zusammennahm, war der Bremer so stark, dass er ihn nicht verheimlichen konnte. Mit Rücksicht auf den Ort und die Anwesenden fasste sich Mahababhu und das Boot kam am Adailya Ghat an. Aus Furcht vor den vielen Menschen ging Brabu zu dem Das Wesen Krishnas, Krishna Tattva, das Wesen der Bhakti, Bhakti Tattva, bis zur höchsten Höhe des Rasa Tattva. Die gesamte Erkenntnis von Bhagavan in all dem unterwies ihn Brabu. All die lebendige Philosophie, die er von Rai Ramananda gehört hatte, übertrug er in Gnade auf Rupa. Er übertrug Shakti in Rupas Herz. Und dieser wurde dadurch fähig zur klaren Beschreibung aller Tattvas. Nachdem er ihn unterwiesen hatte, schickte er ihn nach Vrindavan. Und er tat dort alles nach Brabus Anweisung. Fußnote 538 Bloß in der Ausgabe von Radha Govinda naht. Wenn später jemand, nachdem er Vrindavan gesehen hatte, in sein Land nach Bengalen zurückkehrte, so fragten ihn Brabus Gefährten. Sag, wie geht es dort Rupa und Sanatana? Und wo leben sie? Und wie ist ihre Askese? Und was essen sie? Wie tun sie die Verehrung Sri Krishnas in den acht Zeitspannen der Lila? Und diese Bhaktas rühmten Rupa und Sanatana. Beide leben hauslos und ruhen jede Nacht unter einem anderen Baum. Sie sammeln in den Häusern von Brahmanen, in Klammer, die Vaishnavas sind, bald an einer Tür, bald an vielen Türen, nur jeweils ganz wenig, wie die Biene es tut. In der Hand haben sie ein Wassergefäß aus Ton oder einen Kürbis und sie tragen als Obergewand ein zerrissenes Tuch. Sie haben Gespräche über Krishna, pflegen den Namen Krishnas und tanzen in heller Freude. Sie tun Krishnas Verehrung den acht Zeiten der Lila entsprechend. Sie ruhen für vier Dandas in Klammer 96 Minuten und manchen Tag nicht einmal so viel, wenn sie in Brema Sankirtan des Namens tun. Bald schreiben sie Bhakti, Rasa, Shastras, hören Berichte über Chaitanya, bald denken sie über Chaitanya nach. Die Großen freuen sich sehr. Wenn sie das hören. Doch kann man darüber staunen, wenn Chaitanya einem Gnade erweist? Rupa selbst hat von Chaitanyas Gnade gesprochen. Im Heilsspruch am Beginn seines Werkes Bhakti Ras Amrita Sindhu Ich verehre die Lotuse der Füße Chaitanyas, der Hari Gott ist. Durch dessen Antrieb im Herzen ich, trotz aller meiner Erbärmlichkeit, zum Schreiben dieses Werkes angeeifert wurde. In Klammer Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.1.2 Chaitanya blieb damals zehn Tage in Brajak, gab Rupa Unterweisung und übertrug Shakti auf ihn. Brabus sagt, Vernimm, o Rupa, die Kennzeichen des Bhakti Rasa. Ich erkläre ihn dir in Kürze, denn in aller Entfaltung lässt es sich nicht beschreiben. Der Ozean der Bhakti Rasa ist unergründlich tief und in jeder Weise ohne Grenzen. Ich gebe dir einen Tropfen davon zu kosten. Im Universum irren zahllose Chivas umher. Fußnote 539 Die Bedeutung von Chiva ist hier individuelle Atmers in der Hülle von Mensch, Tier, Baum, Kristall usw. Im Universum irren zahllose Chivas umher. In der Gesamtheit der Chivas sind die Menschen in einer kleinen Minderzahl und unter allen sind wieder diejenigen mitgezählt, die von den Veden nichts wissen. Unter denen, welche die Veden als Autorität anerkennen, sind die Hälfte solche, die sich nur äußerlich an die Veden halten, die das tun, was die Veden verbieten und die Pflicht, die ihnen aufgrund ihres eigenen Wesens obliegt, überhaupt nicht erfüllen. Unter denen, die ihre Pflichten erfüllen, sind viele, die Karmis sind. In Klammer, die ihre Pflichten eigensüchtig um des verheißenen Lohns willen erfüllen. Unter Millionen von Karmis findet sich ein Jani. In Klammer, einer, der den Weg des Wissens Jnan-Yoga geht. Unter Milliarden Jnanis gibt es einen einzigen, der Erlösung, Mukti, findet. Unter Millionen Erlösten muss man schon sehr nach einem wirklichen Bhaktakrishnas suchen. Der Krishna-Bhaktar kennt kein Motiv. Er ist Nish-Karma. Deswegen ist er gegründet. Shanta. Seine Vernunft gründet in Bhagavan. Diejenigen, die nach Erleben in Klammer Genießen Bukti streben oder nach Erlösung Mukti oder nach Yoga-Kräften Siddhi haben alle Motive und sind deshalb ohne Wurzelung in Bhagavan und voller Unruhe. Wenn ein im Universum umherirrender Jiva sehr großes Glück hat, so besteht es darin, dass er durch die Gnade Krishnas und des Guru das Samenkorn der Bhakti-Pflanze erhält. Jetzt muss er selbst der Gärtner sein und dieses Samenkorn selbst in seinem inneren Sinn Antakarana einpflanzen. Fußnote 540 Der innere Sinn die Gesamtheit der vier Bewusstseinsschichten Mana, Bodhi, Citta, Ahamkara Die Unterweisung bedeutet, man muss mit dem Samenkorn der Bhakti so umgehen, dass es nicht aus der Erde herausgefegt oder von Insekten gefressen werden kann. Auch keine Steine darüber geworfen werden und so weiter. Dieses Samenkorn besteht in der klaren Mitteilung von dem, was Bhagavan, Maya und Atma sind und worin der Bhakti-Yoga besteht. Diese Mitteilung muss ununterbrochen durchdacht und im Sinne behalten werden, damit die im Unterbewusstsein befindlichen Wunschkeime, Vasana, Begehrungen, Sympathien, Antipathien sie nicht wegfressen. Mit dem Wasser des genauen Hinhörens, Wiederholens, Klar Durchdenkens und so weiter muss der Gärtner das Samenkorn begießen. Wenn diese Pflanze recht aufwächst, dann vermag sie durch das ganze Universum von Zeit und Raum die Welt des gestaltlosen Brahman schließlich die Welt Narayanas hindurch zu wachsen bis nach Goloka Vrindavan und hinzukommen bis an den großen Wunschbaum der Lotuse der Füße Krishnas und an ihm entlang sich hoch zu winden. So entwickelt sich die Schlingpflanze blüht und bringt die Frucht des Prima hervor. Hier wo er ist auf Erden noch im Leibe muss der Gärtner sie ununterbrochen durch Rechtes Hinhören und so weiter begießen. Wenn aber der trunkene Elefant des Vergehens gegen das was von Bhakti Bhagavan seinen Namen dem Bagter und so weiter gesagt wird auf dem Pflänzchen herumtrampelt oder die Blätter abreißt oder die Pflanze zerreißt dann dört sie aus. Deshalb bemühe sich der Gärtner und umgebe sie mit einer guten Einfassung damit der Elefant der Vergehen nicht dazu kann. Aber wenn zusammen mit dieser Schling Pflanze Unkräuter hoch wachsen und es gibt zahllose solche Unkräuter dann wachsen diese im Grade des Begießens auch immer weiter auf und schließlich wird die Hauptpflanze der Bhakti in ihrem Wachstum unterdrückt und geht zugrunde. Solche Unkräuter sind das Streben nach Lebensgenuss nach Erlösung Mukti das Tun von dem was die Shastras als unmoralisch verboten haben Heuchelei in Klammer nach außen hin sich den Anschein geben als hätte man große Fortschritte gemacht obwohl man im Grunde gar nichts ist Grausamkeit den Jeevers gegenüber Streben nach Verehrung durch andere Sucht nach Ruhm Sucht nach Ruhm und großem Namen und so weiter Also reiße der Gärtner zuallererst dieses Unkraut heraus denn nur dann kann die eigentliche Pflanze aufwachsen und Vrindaven erreicht werden Fußnote 541 Der Adept der Gärtner ist noch immer in der Welt wo Durst herrscht in der Welt des endlosen Kreislaufs der Geburten und Tode Samsara Wenn nun die Frucht in Gestalt von Bremer reif geworden ist und herunter fällt dann versteht und erkennt der Gärtner was die Bremer Frucht ist und mit Hilfe dieser Schlingpflanze gelangt er zum Wunschbaum in Klammer das heißt zu Krishna in seinem von Zeit und Raum unbegrenztem Reiche Goloka Brindavan und dort dient er dem Wunschbaum Krishna und erkennt und erlebt ohne die bisherigen Schwierigkeiten den Raser der Bremer Frucht Fußnote 542 das heißt er hat Teil am Glück des Dienens das ihm erfreuen Krishnas in seinem Reiche besteht bemerkenswert ist in der ganzen bisherigen Belehrung findet sich das Wort Gnade Kripa ein einziges Mal alles andere ist die harte Arbeit des Gärtners mit den vorstehenden Abschnitten beginnt Krishna Chaitanya seine Unterweisung Rupa Goswamis in Brajak die zehn Tage dauerte daraus sind im Auftrag Chaitanyas die beiden Werke Bhakti Ras Amrita Sindhu und Ujvala Nilamani herausgewachsen die eine großartige Psychologie der Lila darstellen von